Hallo, das ist mein Mann Joachim und das ist meine Frau Conny und heute zeigen wir euch, weil sehr viele Leute danach gefragt haben von euch, wie wir einen ganz einfachen Babyschuh machen. Das Zoll an diesem Schuhchen ist nicht nur, dass er schön aussieht, sondern dass es auch mal ein Schuhchen ist, was nicht sofort vom Füßchen rutscht. Ihr kennt das sicherlich alle, wenn ihr mit dem Tragetuch unterwegs seid und auf einmal hat euer Kind einen Eisklotz unten am Bein. Das ist dann immer der Moment, wo die Socken runtergerutscht sind. Das passiert mit diesen Schuhchen nicht. Und du hast mir versprochen, dass es ganz einfach zu machen ist. Ich sage euch noch mal ganz kurz vorher, was man dafür braucht. Das kann man nämlich auch auf bellalotta.de kaufen. Ihr braucht auf jeden Fall einen Knoll. Und wenn ihr das Ganze noch mit einer Kontrastfarbe machen möchtet, sprich mit einem Bömmelchen oder mit irgendwelchen anderen Applikationen, dann halt natürlich noch eine entsprechende zweite Farbe dazu. Ihr braucht eine Nähnadel und eine Häkelnadel. Und das war es eigentlich schon. Und du sagst mir jetzt einfach mal, wie wir da weiter vorgehen. Ja, also wenn man diesen Schuh sieht und hört, dass der super einfach ist, dann will man es gar nicht glauben. Deswegen hat man zusätzlichen Effekt noch, dass alle denken, man kann super toll stricken und hat hier ein klasse Schuh. Also, was man macht, ist letztendlich nur rechte Maschen. Das ist das Schöne. Man strickt nur rechts. Man fängt hier unten quasi an der Sohle an und strickt das ganze Stück und das wird dann einfach zusammengenäht. Was ich euch heute zeige, ist, wie man diese Kante hier reinkriegt, also wie man diese Verjüngung hinkriegt und diese Löcher für den Banddurchzug. Das zeige ich euch. Und das machen wir alles in schönen Schritten. Jetzt zeige ich euch erstmal, jetzt starten wir einfach mal mit dem Schuh. Was trittst du mich? Gar nichts. So, ich zeige euch jetzt, wie man Maschen verdoppelt. Ich habe jetzt hier eine rechte Masche abgestrickt. Jetzt gehe ich hier rein, wie ganz normal zum rechte Maschen stricken. Ziehe die aber nicht runter von der Nadel, sondern gehe nochmal rein. Ich hoffe, das sieht man. Und hole mir nochmal den Faden und stricke letztendlich aus einer Masche zwei rechte Maschen heraus. So. Ja. Ich zeige es nochmal. Wie oft mache ich das? Ja, das mache ich nach Anleitung, hier die zweite, dann die sechzehnte und so weiter. Also das muss ich dann in der Anleitung lesen, wie ich das mache. Hier habe ich mit der zweiten begonnen. Ich zeige es einfach nochmal an der dritten. Das ist jetzt zwar nicht laut Anleitung, aber dann weiß man, was ich meine. Also eine rechte Masche. Zack. Ich halte die und gehe nochmal in die Masche rein. Achso. Zweimal in der gleichen Masche stricken. Genau. Und hole mir nochmal den Faden. Das ist einfach, wenn man weiß, wie es geht. Und jetzt sieht man ganz genau, ein, zwei, zwei Maschen aus einer heraus gestrickt. Okay? Also nicht zweimal hintereinander. Das ist nicht anleitungskonform, aber das war zum Vorzeigen eine ganz gute Möglichkeit. So, jetzt zeige ich euch, wie wir weitermachen. Wir sind jetzt an dieser Stelle hier angekommen. Also das heißt, du hast die Sohle gestrickt und bis hier hoch. Genau. Die Sohle bis hier hoch, den Rand und die Sohle. Und jetzt machst du die hier oben die Stecksohle. Jetzt mache ich diese Abbruchkante hier. Und wir sind bei dem Strickstück in der 23. Reihe. Und in der 23. Reihe, hier müsst ihr einfach nur nach Anleitung stricken, nach Anleitung stricken und es so machen, wie ich es euch zeige. Dann wird daraus auch ein Schuh. Also hier stricke ich 30 Maschen und jetzt muss ich die 31. und die 32. rechts überzogen zusammenstricken. Klingt komisch, ist aber so. Ich gehe hier rein, also wenn ich eine rechte Masche stricken würde, schiebe die rüber, stricke dann eine rechte Masche und hebe die, wie beim Abheben, wie beim Abheben, wie beim Abketten, ja, schiebe die rüber. So, jetzt ziehe ich das fest und jetzt wende ich das Ganze Strickstück. So. Und jetzt habe ich das gewendet. Und jetzt muss ich neun Maschen rechts stricken. Ganz normal. Okay. Neun Maschen stricke ich rechts. Und jetzt muss ich, wenn ich die erste gestrickt habe, muss ich schön festziehen, damit das nicht nachher zu lummelig wird. So. 1, 2, 3, 4, 5. Du hast ne Frage? 6. Ich glaube, das müssen wir nochmal zeigen, damit man das wirklich versteht. 7. Ja, zeig es nochmal. Das geht um diesen Bereich hier am Schuh, dass das nicht so runterrutscht. Ja. Vor allem, dass es das dafür da ist, dass der wirklich gut am Fuß sitzt. 8. Wie kann man das nochmal zeigen? In diesem Bereich. 9. Ja, 9 Maschen. Und dann muss ich zwei Maschen links zusammen stricken. Zum Links stricken, Faden nach vorne legen auf die Nadel. Und jetzt, wie der Name schon sagt, muss ich hier, gehe ich unter den Faden. In zwei Reihen. Genau. Steche in zwei Reihen. Ja. Also. In diese beiden. So. Seht ihr? Und. Wie oft mache ich das? Das mache ich. Das mache ich. Zwei Maschen links zusammen stricken. Das reicht. Und dann wende ich das Ganze wieder. Okay. Uiuiuiui. Ja, das hört sich nur kompliziert an. Ist aber überhaupt nicht kompliziert. So. Und dann mache ich das Ganze wieder. Neun Maschen rechts. Mhm. Dann wieder zwei rechts überzogen zusammen, wie gesehen. Und das mache ich so lange, bis ich auf beiden Seiten noch 13 Maschen übrig habe. Das steht aber auch alles ganz toll in der Beschreibung drin. Bis ich da 13 und hier 13 Maschen übrig habe. Und dann bin ich damit durch. Dann bin ich quasi hier angekommen. Und dann mache ich den Schaft. So. Wir sind jetzt in unserem Stickstück schon an dieser Stelle. Das sind hier zehn Reihen, die wir rechts nochmal gestrickt haben. Ganz normal hoch. Dann ist wir diesen Schaft bekommen. Und jetzt müssen wir die Löcher für den Banddurchzug stricken. Also, dass ich die Kordel da am Ende durchziehe. Dass man die Kordel da nachher durchziehen kann. Und das ist relativ einfach. Ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen. Das heißt, wir müssen jetzt zwei Maschen rechts zusammen stricken und dann einen sogenannten Umschlag machen. Dann wieder zwei Maschen rechts zusammen. Und das machen wir bis zum Ende durch. Bis wir hier am Ende sind. Und dann stricke ich einfach nochmal sechs Reihen obendrauf, Kette ab und bin fertig. Hört sich jetzt komisch an. Ich mache es mal vor. Ich mache jetzt zwei Reihen. Also, du bist hier nochmal. Du möchtest hier die Löcher jetzt machen? Die Löcher machen wir jetzt. Ganz genau. Und das heißt, wir müssen jetzt zwei Maschen rechts zusammen stricken und dann einen Umschlag machen. Ich habe jetzt hier schon mal angefangen. Eine Masche rechts gestrickt, zwei Maschen zusammengestrickt, ein Umschlag, wieder zwei Maschen rechts zusammen, Umschlag. Und jetzt zeige ich euch, wie das geht. Umschlag heißt, ich gehe mit der Nadel unter den Faden und dann gehe ich in zwei Maschen rein und stricke die zusammen. Also, Umschlag heißt Faden mitnehmen. Das heißt nichts anderes als den Faden mitnehmen. So, also habe ich zwei Maschen rechts zusammengestrickt. Ich zeige nochmal. Umschlag heißt Faden mitnehmen, in zwei Maschen rein und die dann quasi einfach rechts zusammen stricken. Hast du gesehen? Ich bin gerade dabei. Genau. Zack, hole ich rüber. Zeige es nochmal. So, also Faden mitnehmen. Ach, dann sehe ich. Ja, ja, ich sehe hier schon, dass ich ein Loch habe. Ja, genau. Das ist halt der Effekt da. So ein Checker schon, ne? Und dann, zack, so rein. Okay. Dann kann man das schon ausmachen. So, und das mache ich bis zum Reihenende durch. Zwei Maschen Faden, Umschlag, Faden mitnehmen, zwei Maschen rechts zusammen, bis zum Ende durch und dann auf der Rückreihe wieder sechs Maschen, sechs rechte Maschen rein drüber setzen. Dann bin ich oben und Kette ab. So, jetzt zeige ich nochmal ganz kurz, wie man abkettet, dass wir hier einen sauberen Abschluss haben von dem Schuh. Ganz einfach rechte Masche stricken. Eins, festziehen, zwei. Jetzt hebe ich die erstgestrickte über die drüber. Zack, so. Und jetzt immer nur noch eine Masche stricken, rechts. Ups, vorsichtig, ich habe hier gerade so einen Faden mitgenommen. So, jetzt muss man aufpassen, dass die sie nicht teilen. So. Und immer wieder die hintere rüber. Und immer wieder die hintere rüber heben. Ganz genau. Festziehen, so. Zack, zack, zack. Und die hintere rüber heben. Und das mache ich ganz durch. Und dann habe ich letztendlich abgekettet. Muss ich dann irgendwas noch an dem Schuh zusammennähen am Ende? Ja, muss ich. Und zwar hier. Hinten, ne? Nur an der Ferse. Das, was... Hier sieht man das ganz schön. Das wird dann zusammengenäht. Hier dieses Stück quasi. Ich zeige es euch hier. Von der Sohle hier unten bis da hoch. Das wird zusammengenäht. Okay, gut. Okay, dann... Und das sieht man ganz schön. Und unten auch an der Sohle doch. Ja, genau. Hier. Ja. Du hast ja dieses Stück hast du quasi so rumgestrickt. Das musst du hier zusammennähen. Okay. Sohle bis hinten. Gut. Und dann machen wir jetzt nur noch die Bömmel. Und diese Schnüre hier. Super. So. Jetzt mache ich hier diese... Ich nenne das mal Schnürsenkel. Die ich hier durch diese Öffnungen ziehe. Die ich vorher gestrickt habe. Und die häkle ich. Dann mache ich Luftmaschen. Ich lege mir hier so eine Schlaufe. Das ist am einfachsten. Ich ziehe den hier durch. So. Jetzt habe ich hier meine Anfangsschlaufe. Ziehe das fest an meiner Häkelnadel. Und dann mache ich einfach Luftmaschen. Das ist total easy. Wie viel machen du mal? So 85? Ja, ich mache so 40 Zentimeter, würde ich mal sagen. Macht man, ne? Und das sind so ungefähr 80, 85 Luftmaschen. So geht das. Okay. Ah ja, gut. Das ist ja... Und dann mache ich halt so. Ja, 80 Stück. Guckt ihr mal, wie lange das wird. Und zum Pompon-Machen nehme ich sogenannte Pompon-Macher. Die gibt es übrigens bei Bella Lotta. Die gibt es bei Bella Lotta. Das ist relativ einfach. Da wickele ich hier letztendlich den Faden ganz oft drum um beide Seiten. Klicke das zusammen, mache es zusammen, schneide es durch und dann geht das drauf. Das ist sehr einfach. Das könnt ihr auch noch in einem anderen Video sehen, wo es ganz genau beschrieben wird, wie ein Pompon gemacht wird. Aber dafür braucht man diese Pompon-Macher und dann kann das jeder selber machen. Und dann habe ich diesen tollen Schuh mit diesem schönen Band. Und das Schöne ist an dem Schuh, dass es wirklich ohne Nadelspiel gemacht wird. Es wird ohne Nadelspiel gemacht. Es ist ein Anfängerschuh und sieht toll aus. Es ist ein tolles Ergebnis, was man mit relativ wenig Handgriffen selber machen kann. Und somit eine tolle Bella Lotta Geschichte. Genau. Die Anleitung könnt ihr auf www.bellalotta.de runterladen. Und natürlich auch das Entstehungsvideo nochmal angucken. Und auch weitere Videos zu tollen Babysachen, die man selber machen kann. Viel Spaß. . Vom Seeinho. Vielen Dank.